Hallo. Stunden später sind wir hier gelandet mit wunderbarem Ausblick Richtung Lindner und Kapelle Kemmerich und die herrliche Blütenpracht hier in Wildkirchen. Einfach nur herrlich. Das Wetter wird langsam ein bisschen offener und dementsprechend auch ein bisschen wärmer. Jo juckt das Fell. Es ist wirklich wunderschön anzusehen, wo alles in der Blüte steht. Aber eigentlich gut zwei Wochen zu früh. Tja wir haben noch einige Kilometer vor uns. Wir werden jetzt jeden Moment die Hauptstraße erreichen. Wir gehen dann auf den Bürgersteig bis Lindner City mit kurzem Stopp. Zum Einkaufen. Das Trockenfutter für Jo ist ausgegangen. Dann müssen wir Nachschub sorgen. So. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Aber wir werden jetzt weiter marschieren. Bis dahin. Ciao. Ich sehe gerade ein paar Sekunden kann ich noch hinten dran hängen. Dann machen wir die vier Minuten voll. So. So. Da hinten kann man schon die Hauptstraße erkennen. Und Autos gefahren. So. Hier ist aber endgültig. Hier sagen wir tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao.